Governance W-w-w-w-w-w-w-welcome back, meinem neuen Let's play here, Transformers Ehm wir haben ja hier vorne nebisschen gevayd, weil ich natürlich ja auch noch nicht wusste, wie's geeeet, ja Ich dachte, ihr werdet nur noch ein Haufen Schrott. Euer Auftrag überrascht mich. Niemand kann sich mir widersetzen, Starscream. Übergib mir sofort dein Dunkel-Energon-Programm. Dunkles Energon? Seid ihr verheigt? Dunkles Energon bringt nur Chaos und Zerstörung. Genau darauf zähle ich. Megatron, kann ich Starscreams Kopf abreißen und in den Weltraum schleudern, wenn alles vorbei ist? Geduld, Brawl. Starscream kennt diese Station in- und auswendig. Er könnte uns noch nützlich sein. Gut. Wo sind die Gegner? Ja, Bahn, du bist tot, ne? Du auch, ja? Nicht übel. Nicht so gut wie ich, aber nicht übel. Jetzt weiß man noch nicht, was diese Dinger hier bedeuten. Ich glaube, blau ist so wie links hier, das plus so und rechts ist die Kondition. Ich erwarte 100% für euch Eintriffes Soundwave. Gerade Wärmespeicher nach! Oh, was ist das? Ah! Einfach mal draufschießen, wenn man nicht weiß, was es ist. Ist ja eine gute Methode, oder? Oh, das sieht mir etwas gefährlich aus. Wow, das ist ganz schön hoch. Sprich, es gibt nur einen Weg, und zwar nach unten. Wow! Aber, Megatron, wie sollen wir hier raus? Ja, das ist leicht. Wir müssen erst mal, ähm... Die Eindringlinge sind hier! Ruft Verstärkung! Scheiße, da oben, ey. Waffen überhint! Hm, gemütlich hier! So! War noch nicht tot, scheiße. Warum bewegt er sich auch immer? Die Septikons, benutzt diese Geschütze! Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen! Oh, geil! Ich darf so ein Geschütz nehmen! Oh! Oh, geil! Oh, Mann! So! Ah...! Scheiße, jetzt muss ich echt aufpassen, ey. Alle sollen vor Megakon fallen. Scheiße. Scheiße. Komm, 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 komm. Boah, ist auch geil, dass die Gegner sich auch so verwandeln, ey. Da hinten ist einer. Eine angemessene Waffe für Megatron. Boah, ich kann es abmontieren. Meine Geduld ist noch niedriger als meine Energiereserve. Boah, ist das geil. Ein Reparaturstrahl. Äh. Ah, das ist ja geil. Scheiße, jetzt kann ich natürlich, ähm. Das war der Reparaturstrahl. Das war die Kanone so. Ah, nein, 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 ich nehme trotzdem. Ich nehme mal jetzt lieber die hier. Das ist ein wahres Werkzeug der Zerstörung. Oh ja. Wir wollen zerstören. Was ist das eigentlich? Oh nein, jetzt sind die Kükelchen weggegangen. Ja, dann gehen wir mal hier gleich nach rechts lang. Na, wo ist er? Wem soll ich in den Hintertritten? Waffen überhins! Waffen überhins! Boah! Baaam! Baaam! Scheiße Komm, komm, komm Zwei auf einen Streich So, jetzt geht's gleich hier lang Rückzug, Rückzug Oh mein Gott Reich gesichert, Megatron Ausgezeichnet Na, dann sichern wir jetzt mal hier Oh, sieht das nicht geil aus Achso, die kann ich stürzen So, zerstört So, machen wir Alle Kleinheiz hier draus Megatron, habe Kontrolle über die Aufzugssteuerung Euer Kommandozentrum erwartet euch Müssen wir ein bisschen Muni sparen, denke ich mal Hey, lass das sein Wie lass das sein Muss ich mit einem Anliegen oder was Ich bin Megatron, Alter Ich kann machen, was ich will So Wir machen keine Gefangenen Oh Mein Name ist Gentfire Ich bin nicht hier, um zu kämpfen Damit bist du alleine Sag, was du zu sagen hast Schnell Ich habe gesehen, was dunkles Energon anrichten kann, Megatron Es ist kein Spielzeug Seine Macht ist unvorhersehbar Es bringt nur Zerstörung Du jagst mir keine Angst ein, Jetfire Ich werde das dunkle Energon nach meinen Wünschen einsetzen Dann bist du ein kurzsichtiger Name Du wirst uns zerstören Das klingt beinahe so, als wäre das was Schlechtes Ich hoffe, dieses dunkle Energon ist es wert, Megatron Na, das hoffen wir doch auch Scheiße Wir haben die Kontrolle über diesen Stationsabschnitt erlangt und eure Operationsbasis errichtet Scans zeigen, dass Starscream alle logischen Routen zum dunkle Energon Reaktor gesperrt hat Und wir haben keine Sternenkreuzer mehr, um einen Tunnel zu bohren Ruhe, es muss einen anderen Zugangspunkt geben Wir müssen zum nächsten Stationsabschnitt Megatron Ich habe ein NAS-Daten-Matrix-Zentrum ausgemacht, um alle Alternativrouten zum nächsten Behälter zu finden Eure Einsatzteams räumen bereits den Weg für euch Dann müssen wir keine Zeit verschwenden Neues Ziel, Stationspläne sichern Was haben wir hier? Ein weiteres Instrument meines Zorns Ah, geil, so eine Art Schnipper, ja Schade, dass ich immer nur so wenige Waffen bei mir haben kann Scheiße, wie zünde ich jetzt die? Gucken wir mal schnell in Die Steuerung Oh Gott, ey B ansehen Abschussserie Ach, was war denn eigentlich Die Umschalt Umschalttaste Fähigkeit 1 und Fähigkeit 2 ist STRG Okay, da habe ich Fähigkeiten Aufheben Modus wechseln Okay Granaten werfen Ah, auf G Ist ja irgendwie klar Gut Ich habe gerade gesehen, dass ich da noch ein Tutorial machen kann Ähm Mache ich vielleicht ein bisschen zu spät Aber ich mache es mal jetzt nach der Aufnahme Können wir doch gleich mal ein Tutorial machen, oder? Ich kann fliegen Ich glaube, mein Spark erlischt Die sehen ziemlich fertig aus Inakzeptabel Es gibt nur den Sieg oder den Untergang Sie liefern uns einen guten Kampf Dann kämpft einfach besser Ja, ich nehme doch mal lieber das Scharfschützengewehr Gefällt mir besser Gut, hier drin gibt es nix Megatron Bedenkt, dass eure Chancen gegen Starscream Soldaten äußerst gering sind Es ist unwahrscheinlich, dass eure Teams alle besiegen können Meldet euch, wenn ihr das Datenmatrixzentrum erreicht habt Ich würde jetzt mal die Schnüpper testen hier Boah, ist das geil Ich habe sogar sowas Ne, ich nehme jetzt kurz meine Schnüpper Oh, ich kenne doch, da sind Weg nur und ich sehe nichts Die Waffe ist sehr, sehr geil Oh, das gefällt mir Ich bin ein kleiner Scharfschütze Oh, 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 oh So, baah Ja, schnell nachladen Oh mein Gott, komm Achso, auch noch so eine scheiß Rakete Versuchen wir mal das hier Oh Gott, ich hab keine Muni mehr Scheiße Oh, das war ein voller Treffer Oh, krasses Ding Nein Oh Mann, woher sollte ich das denn wissen jetzt hier Ah, nein Tja, damit sage ich erst mal, äh, Pjoll Ne, ich muss es jetzt noch schaffen, damit wir dann das nächste Mal das Tutorial machen können Wir müssen es nochmal machen, sorry Dieser Reparaturstrahl ist doch scheiße Dann nehmen wir halt dieses Schnipper-Ding Geht's mal hier voran Oh, ich glaub, mein Spark erlischt Die sehen ziemlich fertig aus Inakzeptabel Es gibt nur den Sieg oder den Untergang Sie liefern unter den guten Kampf Dann kämpft einfach besser Megatron Bedenkt, dass eure Chancen gegen Starscream-Soldaten äußerst gering sind Es ist unwahrscheinlich, dass eure Teams alle besiegen können Meldet euch, wenn ihr das Daten-Matrix-Zentrum erreicht habt Ob was soll ich schießen? Nicht übel Nicht so gut wie ich, aber nicht übel So, Schack Ah, das war doch fast ein Header Bereit zum Fahren Und deshalb wird Megatron der Anführer So Bam, Headshot Komm, 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 komm Headshot 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 So, Headshot Headshot Okay, bei dem nehme ich lieber die Waffe Wir sind hier nochmal auffüllen Munition natürlich auch noch Scheiße Dann nehme ich glaube ich mal so mich als Fahrzeuge Nachladen, komm, komm So Noch wo was? Tja, so eine Speicherfunktion gibt es leider nicht Nur eine automatische Ah, Inhalt gespeichert So Leute, das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an Und danke fürs Zusehen Und bis jetzt beim nächsten Mal mache ich erstmal das Tutorial Danke, tschüss